Hallo, ich drehe heute mal einen kleinen Food Haul mit meinem Handy. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet, deswegen meine Stimme. Ich habe gerade Knusperdinos gekauft. Wir bekommen nämlich heute Besuch von Bens Freundin Lia. Und vielleicht will die auch noch Mittagessen mitessen. Und Mia möchte was essen und Koya und ich. Deswegen habe ich einfach drei Packungen gekauft. Mal gucken, ich wollte halt einen so ein Blech machen. Ich mache die immer im Backofen. Die kann man nach Pfanne machen, das habe ich noch nie gemacht. Und frittieren, wir haben ja gar keine Fritteuse. Ich mache die immer in der Mikrowelle. Im Backofen. Die werden dann richtig knusprig und die esse ich auch selber total gerne. Dann habe ich ein Vanilleeis gekauft. Ich muss mal gucken, wo ich das Ding habe. Ich wollte euch jetzt eigentlich was zeigen, aber ich bin mal wieder super vorbereitet. Ich habe nämlich irgendwo, okay ich finde es jetzt nicht. Ich habe mir gestern bei Ikea so eine Kartoffelpresse gekauft. Und da möchte ich Spaghetti-Eis mitmachen. Deswegen habe ich nämlich auch so eine Erdbeersauce gekauft, so zum drüber machen. Da bin ich mal gespannt. Das muss ich gleich einfrieren. Dann habe ich Erbsen und Möhrchen gekauft. Die hat Mia sich gewünscht. Sie wollte auch irgendwas mit Kartoffeln haben. Wir haben noch ein paar, aber ich wusste nicht, ob die reichen. Da habe ich noch eine Packung gekauft. Dann hatte ich voll Bock auf so eine Brownie-Backmischung. Also auf Brownies allgemein. Die sind jetzt ein bisschen anders, weil sonst kenne ich die immer nur mit Öl und Wasser. Und die muss man aber mit Butter und Wasser machen. Keine Ahnung, vielleicht deswegen American-Style. Keine Ahnung. Probiere ich mal aus. Dafür brauche ich auch ein Ei. Deswegen habe ich Eier gekauft. Dann habe ich Wassermelone gekauft. 79 Cent. Beim Türken sind sie etwas günstiger. Ich glaube 69 Cent pro Kilo. Aber ich wollte jetzt nicht nochmal rüberfahren. Wir haben nämlich einen neuen türkischen Supermarkt bei uns um die Ecke. Aber ich wollte da nicht nochmal anhalten. Dann habe ich so eine Soße zum Braten gemacht. Da wollte ich eigentlich noch ein bisschen Sahne reinmachen. Ich hoffe, ich habe noch Sahne. Dass das so eine Sahnesauce wird. Mit Champignons. Ich habe zweimal Champignons gekauft. Ich weiß nicht, ob ich eine oder zwei Packen brauche. Dass das quasi so eine Jägersauce wird. Genau, Butter für die Brownies. Und dann, richtige Empfehlung. Schmeckt voll lecker. Ich weiß gar nicht, ob die neu ist. Fanta Pink Grapefruit ohne Zucker. Die hat dann irgendwie nur drei Kalorien oder so. Und Mia mag die total gerne. Es gibt auch so eine Erdbeer-Fanta. Die mag ich auch gerne. Aber die habe ich nicht gefunden. Die ist auch ohne Zucker. Und ich sage immer, Mia möchte so eine pinke Brause trinken. Und die mag ich sie ganz gerne. Und ich dachte mal, Grapefruit schmeckt so bitter oder so. Auf jeden Fall, die schmeckt richtig lecker. Genau. Und für den ganzen Quatsch hier habe ich, glaube ich, 25 Euro bezahlt. Ich finde das immer sehr teuer bei Edeka. Aber, also, die Produkte an sich sind ja nicht teurer als die anderen. Aber irgendwie kauft man mehr oder so. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall 25 Euro. Und daraus werde ich jetzt erst mal das Mittagessen zaubern. Denn wir haben es schon 13.54 Uhr. Und ich habe noch... Doch, ich habe schon was gegessen. Aber ich habe schon wieder Hunger. Deswegen, ich koche jetzt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.